Hey YouTube, was geht's? Saki hier, Laser 4 da. Brudis, ich bin wieder zurück. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Hätte nicht gedacht, dass ich noch ein Video bringe, ne? Ne, Spaß. Ich habe jetzt wieder ein kurzes Stückchen weiterspielen müssen. Die Musik ist extrem laut, ne? Aber wir machen weiter. Oh, ich muss mich rein. Nein, was soll denn der Dreck? Okay, cool, 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 cool. Alles cool. Passt schon. Da war ich ein bisschen, ein bisschen langsam. Ah, da war ich jetzt ungeduldig. Aber jetzt. So. Geduld ist eine Tugend, Brudi. Kann einer mal die Musik ausmachen? Muss ich jetzt wieder das nehmen? Mann. Was war 10, 80, 40, gell? Ups. Oh, easy. Easy. Und durchs Loch. Okay, alles cool. Das war ja easy. Ich weiß nicht. Ich will das Schwarz-Weiß-Drecks-Ding hier weg haben. Warte kurz. Lass kurz dahintere gucken. Es gab ja zwei Wege. Vielleicht war er unterwegs. Vielleicht lag da irgendwo etwas. Aber nee. Weil ich müsste mich mehr umgucken. Wisst ihr, das mache ich gar nichts. Ich renne einfach mal durch und hoffe, dass mir nichts passiert. So, Farbe. Wo ist die Farbe? Ich kriege keine Farbe mehr. So. Okay. Oh, easy, easy. Oh Gott. Easy. Oh. Okay. Das wusste ich doch. Aha. Was steht nochmal hier? Ach Gott. Zehn. Falsche Richtung. Aber das ist ein guter Maß. Klick. 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 Hat wohl nicht so, ne? Okay. Es könnte eine ganze Drehung durch, ne? Zack. Dann kommt eine ganze Drehung. Komm, mach die ganze Drehung. Und dann auf 80. Ja. Ich mach's falsch. Nach rechts 10. So war das. Ich mach das komplett falsch. Das war jetzt drüber. Ich hoffe, das macht nichts. Dann. 80. Ich hoffe, da. Bruder. Bruder. Jetzt pass auf. Ich werde niemals ein Tresor öffnen. Und das Problem ist, in meiner Arbeit haben wir solche Tresore. Und ich krieg die auf. Nur da nicht im Spiel. Das kann nicht so viel. 80. Das kann nichts sein. Ich glaub, da gehört doch eine ganze Drehung dran. Zack. Und eine Drehung wieder auf. 40. Klick. Nein. Scheiße. Ich hab ne halbe Stunde Zeit. YouTube. Nach rechts. Äh. 10. Ah, ich muss loslassen. Ne? Das ist deppert. Man muss die Maßtaste loslassen. Ja, das mache ich in der Arbeit nicht so. Ich hab ne Muschel gefunden, ok? Ja, das ist das. Aha. Aha, ja. Nun gut, nun gut. Wo ist eigentlich meine Taschenlampe oder so? Ha, wir sind gestrandet. Wir sind gestrandet, Truders. Liegt ihr hier eben was? Nein. So, wenn ich jetzt aufmache, geht gar nicht mehr. Okay, cool. Ah, da ist was. What the hell? Ah, bis dahin ist ein Quartiermeister. Und das ist sehr wichtig, dass ein Quartiermeister kümmert sich darum, dass die Crew dort ist, wo sie sein muss. Und immer genug Essen und Rum für alle da ist, ne? Sehr treu und befolgt immer dessen Befehle. Da er weiß, dass er der Kapitän, nicht Mr. Hardy, ein unbeschrockener Anführer ist. Der Kapitän schimpft manchmal mit Mr. Hardy, aber nur, weil ihm seine Crew so wichtig ist, in Wahrheit. Das hat er unten abgerissen. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. Ah. Aha, endlich. Elf. Cool. Geil. Wir haben dir, Bruder. Wir haben dir. Ja gut, in die Richtung. Nein, gar nicht. Diese Tür. Ich wusste, dass es diese Tür ist. Ich wollte nur kurz mal gucken. Aha. Noch ein Film. Ist kein Film. Außer man macht es ganz schnell. Dann ist ein Film. Da ist aber was. Was ist das? Eine Tür. Au. Wenn ich das jetzt aufkriege, bin ich ugut. Ha. Warte, wir gucken uns erst da. Ah, geht nicht. Okay, geht eh nicht. Okay. Was aber hier schön ist. Ein Foto. Gut. Das hilft mir jetzt aber weiter. Warte, kann man es umdrehen vielleicht? Nein, geht nicht. Okay, ist cool. Ist eigentlich nicht so cool. Ist nur ein Foto. Ich check's nicht. Ja, gut. Ähm, das Spiel ist, ist, ähm, ja, keine Ahnung. Sehr verstörend, aber nicht Horror irgendwie momentan. Finde ich halt, sehe ich so. Okay. Jetzt habe ich schon zwei Bilder. Irgend noch was. Keine Ahnung, das muss ich dann irgendwo platzieren, sicher. Was? Was? Schuhe? Wer? Aha. Warum? Ja, keine Ahnung. Noch ein Foto. Wetten, das, das fliegt runter, wenn ich vorbeigehe und dann soll ich mich erschrecken. Aber ich bin ganz mutig und mache es trotzdem. Oder ich muss runterlassen. Äh, gleich ist unten, ich sag's euch. Gleich macht's. Boom! The first thing to do, is to get rid of it. A little spark is all it takes to set the human soul on fire. gruselig, gruselig. Gruselig. Aha, warte mal, da passiert genau GAR NICHS, ich habe eine Murmel oder so. Aufnahme, okay, oh hey, kommt jetzt meine, meine, meine Chance heute mit Star zu werden, äh, ich knall es. Ich habe die Wahl, die Qual der Wa- Die simple Tests und die Exekution. Hmm, truthful, instinctive, pure. Oder, das wird jetzt, für heute. Aha, das war das jetzt? Ja, das war das jetzt. Ja, das war das jetzt. Ja, das war das. Ja, das war das. Ähm, ich, ich blick da ehrlich gesagt noch gar nicht hoch. Jetzt, ich weiß es nicht. Mir fehlt hier der Horror. Was soll das? Ich muss mich ein bisschen anpumpeln. Ich muss anfangen zum Fluchen und so. Wisst ihr, Atlas 2 Bomben Ding? Irgendwie. Irgendwie wühlt er gerade momentan. Aber warte mal, ey, wir geben dem Spiel eine Chance. YouTube, wir geben dem Spiel eine Chance, logischerweise. Wer weiß, was noch so passiert. Ja, das macht die Tee auf, hab ich gesagt. Das gibt's ja nicht. Ich muss unbedingt mal groß. Es wird nix. Warte kurz. Das, ja. Was war das? Ah, jetzt habe ich den, 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 den. Den Horror-Effekt verpasst. Fuck. Warte mal. Hier geht's. Ah, hier geht's nicht. Warte, aber vielleicht finde ich hier was. Okay, warte. Gibt's mir ne Sekunde. Ich muss mich hier umgucken. Ich hab da hinten sicher was zum holen. Nein, gar nicht. Okay. Okay. Okay, ich dachte da wär vielleicht etwas, aber... Den war halt nicht so. Okay, YouTube. Ähm. Ja, okay. Das war jetzt nicht so. Ähm. Aber, ähm. Aber. Okay. ja. Ja. Da. Okay. Oh, verdammt, heller warm. Oh, ich denke, es beginnt endlich. Oh, ich denke, es beginnt endlich. Hier ist nichts, okay. Puh, doch. Alles cool, ich habe mich nicht erschreckt. Ich bin immer noch männlich. Wieso ist denn das Spiel jetzt eigentlich schwarz war es? Das muss man mal anders erklären. Ich habe irgendwas verpasst, oder? Ich träume gerade eben, oder so. Hey, ein Junge. Jetzt warte doch. Nicht. Er geht weg. Oh, da ist noch was. Super, was haben wir da? Okay, was ist denn hier rum? Blitzpulver, durchgestrichen. Munition 5, okay. Ja. Informativ. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss. Nur einer weiß, was auf dem Spiel steht. Der andere muss es nicht wissen. Muss es nicht verstehen. Nur zuhören. Und es vorspielen. Da, da. Na, okay. Das war ein bisschen. Äh, keine Ahnung. Ich weiß ja, oh, nee. Warte, bevor ich hier versuche, was zu öffnen. Lass mich hier gucken. Obwohl, hier könnte ich auch. Ja, hier kriege ich auch auf. Warte kurz. Ähm. Aber, ähm. Okay, das kriege ich gar nicht auf. Gut. Dann war ich schon richtig. Dann waren wir schon richtig unterwegs. Aha. Lilly, ich denke, da ist etwas in der Schmerz. Da ist jemand gekommen. Da ist jemand gekommen. Wer da ist? Blöde hell. Entschuldigung, der Chef will es so schlecht, dass er sich selbst nicht kann. Aha, okay. 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 Ah, da ist was. Der blanke Horror, Bruder. Ah, ha, hier. Aha. Aha, okay. Okay, Bruder, ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Lauf, 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 lauf. Mach auf die Tür. Lauf. Mach auf. Oh ja, ich hab' einen Hammer. Äh, 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 ja, keine Ahnung, ich rede jetzt einfach mal los, ja? Oh, fuck you. Okay, wird schon cool, wird schon cooler, wird schon ein bisschen cooler. Ich hab' mir gedacht, hey, Uwe, der hat alles nur Puppen hier. Oh, na, das ist okay, Scheiß auf Tür zu machen. Krieg, 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 oh, es hat mich. Das Rad hat uns halt, hält niemanden auf, Bruder. Hat mich gekriegt, ich bin zu früh in die Hocke, weißt du? Das war der Fehler. Ja, komm, YouTube, kein Thema. Ja, Mann. Wir versuchen jetzt nochmal, geh weg. Ich kack jetzt da, ich mach' die Türen gar nicht mehr zu. Ich bin der große Held hier. Verdammte Scheiße, das Bikon, ich muss abhauen. Ich bin weg, Bruder, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Du kriegst mich niemals, Junge, ich fände zu schnell. Oh ja, oh ja, cool, 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 hab ich verstanden. Es ist durch. Ja, der Tod, der Tod muss wunderschön sein. Ja, YouTube, komm, letztes Mal. Das gibt's doch nicht. Es ist einfach so durch, obwohl ich die Tür geschlossen hab. Ja, vielleicht war's nicht gut zu, vielleicht zu langsam. Lauf, Brudy. Nimm die Beine in die Hand. Und gib Gommi. Oh, ich trage einen Scheißer. Ah, Junge. Öffne die Tür, du Baustart. Oh, sie ist ganz nah. Oh, du hättest mal in der Schnauze. Okay, Tür ist zu. Oh, das Eingreifen. Die Jagd. Hör, fick dich, und jetzt? Hab ich Ruhe? Ah, ich bin jetzt woanders. Ah, ich bin jetzt woanders. Okay. Okay, ist cool. YouTube hat's gespeichert? Ich glaub nicht. Hat nicht gespeichert. Du musst kurz die Tür öffnen und dann speichert's. Servus. Hä? Ah, so, ist cool, das hat gespeichert. YouTube war alles super. Ah, gut. Ja, dann, ähm, ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's das gut. How to Ryan und immer. Mach brav sein. Tschüssi. Tschüssi.